Wenn wir zwei Schauspieler wären, ja? Dann wäre dieses Gespräch hier eher tragisch. Willst du wieder rein? Ich will, dass du wieder bessere Laune kriegst. Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and the Furious. Ja, also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Ne? Na komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020